Hallo Kai. Willkommen bei Blau oder Schwatt? Hallo Robi. Kai, Ruhrgebiet oder Küste? Küste, da ich selber von der Nordsee komme und ich mich da wohl fühle. Wer läuft schneller? Kai oder Jimmy? Das kann ich nicht sagen. Dann Jimmy. Warum? Weil Jimmy sehr schnell ist. Kai, wer läuft mehr? Bröger oder Michel? Der Michel, das sagt die Laufleistung auf der Kicker App. Currywurst oder Fischbrötchen? Beides toll. Ich würde mich sogar für die Currywurst entscheiden. Currywurst Pommes, da ich früher sehr viel Fischbrötchen gegessen habe. Vorlage oder Tor? Tor, da es ein unbeschreibliches Gefühl ist, ein Tor zu schießen. Trainingslager oder englische Woche? Englische Woche, da man mehr Spiele hat und weniger trainiert. Titel ohne Einsätze oder Einsätze ohne Titel? Titel ohne Einsätze, weil man dann trotzdem was zum Feiern hat. Film oder Serie? Ganz klar Serie. Ich gucke viele Serien und die ziehen mich mehr als ein Film. Sky oder DAZN? Ich persönlich DAZN, weil ich viele Zusammenfassungen gucke. Danke, Kai. Bitte, Robby. Danke, Kai. 20min stehen. Ich glaub mir. 12min. Wir fangen an zum Aktiviertel nach. 2min. 2min. Untertitelung des ZDF, 2020